Was sind die häufigsten Ursachen von Hautausschlägen bei Kindern? Hautausschläge bei Kindern sind relativ häufig, und die meisten dieser Hautausschläge verursachen keine nennenswerten gesundheitlichen Bedenken. Einige der häufigsten Arten von Hautausschlägen bei Kindern sind Windpocken, Masern und Roseola. Fünfte Krankheit, Scharlach und Impetigur werden auch häufig bei Kindern diagnostiziert. Die Behandlung hängt von der individuellen Erkrankung ab, daher sollte ein Arzt aufgesucht werden, um eine genaue Diagnose zu gewährleisten. Impfstoffe helfen bei der Vorbeugung einiger dieser Krankheiten. Windpocken sind eine der häufigsten Ursachen für ansteckende Hautausschläge bei Kindern und werden durch einen als Varicella zoster bekannten Virus verursacht. Zu den Symptomen gehören häufig Fieber, Halsschmerzen und ein Ausschlag. Der aus kleinen, juckenden Blasen besteht. Diese Blasen platzen normalerweise nach ein paar Tagen und hinterlassen einen krustigen Schorf. Obwohl Windpocken bei den meisten Kindern keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme verursachen, ist ein Impfstoff weit verbreitet, der das Risiko einer Ansteckung mit dieser Kinderkrankheit verringern kann. Die Behandlung von Windpocken konzentriert sich auf die Verwendung von oralen und topischen Medikamenten, um die einzelnen Symptome zu lindern, da diese Krankheit über einen Zeitraum von einigen Wochen ihren Verlauf nimmt. Masern und Rosiola sind mögliche Ursachen für Hautausschläge bei Kindern. Fieber, Husten und verstopfte Nase sind oft die ersten Symptome von Masern. Ein Ausschlag, bestehend aus kleinen braunen Hörkern, tritt einige Tage nach einer Infektion auf. Für Masern ist keine spezielle Behandlung erforderlich, und ein Impfstoff hilft bei der Vorbeugung. Rosiola beginnt normalerweise mit hohem Fieber, Magenverstimmung und Atemstörungen, bevor kleine Rosabeulen an Armen, Beinen und Rumpf auftreten. Oberte Countermedikamente werden zur Behandlung des mit Rosiola verbundenen Fiebers eingesetzt. In der Regel ist jedoch keine weitere medizinische Behandlung erforderlich. Die fünfte Krankheit verursacht Symptome, die denen der gewöhnlichen Erkältung nachahmen und zu einem Hautausschlag führen, wenn das Kind nicht mehr ansteckend ist. Schalach ist im Grunde Halsentzündung von einem Ausschlag begleitet und ist nicht ansteckend. Impetigo ist eine Art von Hautinfektion, bei der ein Ausschlag entsteht, der sich aus kleinen Blasen zusammensetzt, die platzen und sich verkrusten. Während die fünfte Krankheit normalerweise keine ärztliche Behandlung erfordert, gehören Schalach und Impetigo zu den durch Bakterien verursachten Arten von Hautausschlägen bei Kindern, die normalerweise mit verschreibungspflichtigen Antibiotika behandelt werden. Es ist für den Durchschnittsmenschen praktisch unmöglich, die Ursache für den Hautausschlag genau zu bestimmen. Daher sollte ein Arzt konsultiert werden, um eine genaue Diagnose und einen individuellen Behandlungsplan zu erhalten.